moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 ja stimmt nur blöd dass es keine konsolen ergibt herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play together und ich habe einen nachricht bekommen von einem zocker so nein das ist die nachricht nicht am besten gehen wir jetzt mal auf empfangen so deine videos sind mega erstmal moin dein let's play kanal ist richtig nice falls dies in dein video von dir kommt grüße ich meine besten freunde und frohe weihnachten und noch einen schönen ersten advent dein henning grauert jo vielen dank das werde ich haben ich werde mir nachher erstmal noch einen richtig leckeren döner holen adventstöner warte mal neue nachricht ja stimmt so jetzt muss ich aber let's playen ich bin jetzt in meiner wohnung oder bin ich ich wusste das gar nicht wie man überhaupt immer den fallschirm ansetzt aber auf der ps3 muss man ja einfach nur die select taste drücken kann ich jetzt hier umbringen hier fahrzeug einstellungen und jetzt will ich mal gucken wo der fallschirm eigentlich ist habe ich den eigentlich schon bin doch nicht blöd ich bringe mich doch nicht selbst um hier guck mal meine geste ist immer dieser stinke finger kommt da wahrscheinlich nie so gut an warte mal das peace zeichen gehen wir mal in die garage und schauen uns mal an was für geile karren wir haben hab nämlich ein bisschen investiert wie ihr gleich sehen werdet oder ist sie guck euch das mal an ist das nicht geil ja das sind ein paar neidisch leute richtig geile karre ihr habt ihr ein bisschen aufpoliert hier das sind mindestens 1500 dollar und zwar ich habe noch eine kleine frage an die youtube community bevor wir hier mal richtig loslegen und zwar ich mache mir irgendwie sorgen um einen ganz berühmten youtuber und zwar erst mal um zwei youtuber der erste youtuber hat seinen kanal ohne irgendwelche vorahnung oder so geschlossen und zwar heißt ja visa fun clan das ist ja der der das commander krieger emblem gemacht hat über 80.000 klicks und so und macht auch sonst so eigentlich geile commentaries und plötzlich ist der kanal von heute auf morgen einfach weg und ich mache mir da schon sorgen weißt du was da los ist und so so jo melde dich auf jeden fall mal visa fun clan what the fuck ist das gus hans oder hans der hans nähert sich okay what the fuck what the fuck nein hans ha hans du hast mich nicht erwischt so komm her hans keine munition mehr schnell in die karre rein da will wahrscheinlich jemand das kopfgeld boah auf mich hat auch schon mal jemand ein kopfgeld ausgesetzt da rege ich mich immer voll auf besonders das kopfgeld wenn man zum beispiel ein auto klaut das kennt ihr alle er klaut zum beispiel ein auto von irgendeinem mann und dann äh heißt kopfgeld wurde ausgesetzt von unbekannt das ist meistens so wenn man ein auto von jemandem klaut oder ein teures auto oje wir wollen aber doch gar nicht dahin wir wollen doch zum flughafen oder besser gesagt zum heliport ja da muss ich jetzt mal hinfahren hier ja nächstes wochenende leute habe ich wahrscheinlich frei juhu ich freue mich da können wir zocken miteinander aber nur wahrscheinlich gell leute ich kann auch nichts versprechen auf jeden Fall bin ich freitagabend dann wieder online so ah genau der zweite youtuber das wollte ich ja noch sagen und zwar ich fange einfach mal an und ja ihr werdet wahrscheinlich alle drauf kommen machen wir heute erstmal wieder Paul Vollmers genau Paul Vollmers aus der Küstenstadt Kiel ist seit ja gut über seit einem Monat eigentlich ist er komplett inner aktiv auf YouTube und ich denke alle dass ihr Kieler Junge 94 kennt der macht guten Content wenn man das so nennt und der bringt einfach nichts mehr ich denke da hat mal einer geschrieben er sei tot oder so und ich habe das dem auch noch geglaubt also ich hoffe dass er sich meldet und aus diesem Grund werden wir jetzt mal eine kleine Aktion starten äh äh ja eine Aktion und zwar werden wir jetzt Paul Vollmers Kieler Junge 94 anschreiben was denn eigentlich los ist so nein Freund will ich Freund alles ist voll bei mir schon so also schreiben wir den jetzt schnell an Kieler Junge weil ich will schon wissen was da los ist Leute so hoffentlich kommt ein Lebenszeichen das würdet ihr dann alles im nächsten Video dann erfahren so lebst du noch das muss immer schnell sein weil jetzt könnte sein dass der Gegner mich gleich tötet lebst du man ich hasse diese PS3 Steuerung bin ich ja ewig beschäftigt so jetzt so haben wir mal Kieler Junge 94 angeschrieben ob er noch lebt vielleicht antwortet er jetzt oder vielleicht werden wir noch eine Antwort mitten im Let's Play bekommen weil vielleicht ist er jetzt schon online wer weiß das schon so im Flugzeug sind wir Fallschirm haben wir bekommen und ja das sind wir nun jetzt rufe ich aber erstmal hier mal einen guten Freund an den ich hier habe wo ist er denn Pegasus ach ich habe gerade eine PSN-Wanfrage bekommen hier Dingsbums hast du eine PS4 ich habe noch keine PS4 Leute auf der YouTube Gamescom wird sich die PS4 wahrscheinlich eben am 1. 2. Januar kaufen oder so keine Ahnung ich mache mir keinen Stress Leute ich meine die PS3 ist ja genau wie die PS4 nur die PS4 ist halt nun mal äh bessere hat eine bessere Grafik und es und es bringt jetzt auch noch nichts eine PS4 zu kaufen weil der Umstieg zur PS4 der muss hier erstmal vorangehen versteht ihr was ich meine also es wird nicht jeder sofort eine PS4 haben weil 399 Euro da muss man sparen Leute das hat man nicht einfach so es heißt nicht jeder Dingsbums äh Robert Geis he ne ne das ist Geld und Geld kann man auch nicht scheißen oder so das wächst auch nicht auch nicht auf irgendwelchen Feldern bin ich schnell zum Glück lebe ich noch uh cool moin moin oh Gott so 7 Minuten verzockt gibt's doch gar nicht lieber noch ne Liter am Start ups sorry hier ist der R R Dingsbums die heißen immer anders manche heißen R Emu für R Motion und manche heißen keine Ahnung die haben alle unterschiedliche Namen blödes Radio man so jetzt starten wir mal das ganze Ding was vor ich hab was vor ich hab was vor was in der Zone hä what the fuck Mayday Mayday ich sterbe ok das war's meine Leute ich sag ciao bis zum nächsten Mal euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3 oh Gott meine PS3 explodiert GTA Online zusammenzocken nein kann ich ja leider nicht weil ich jetzt leider zur Schule muss also Leute ich sag ciao bis zum nächsten Mal euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3 ciao